Dieser LKW-Fahrer schockierte jeden. Er platzierte eine kleine Kaffeetasse auf eine Art Podest und dann ging er in sein LKW. Und passt jetzt gut auf, weil er fährt rückwärts mit perfekter Präzision. Er fährt direkt daneben und fährt langsamer und noch mehr, weil guckt genau, was an dem zweiten Waggon hängt. Ja, es ist ein Teebeutel. Er stoppt den LKW direkt über der Taste und er lässt die Luft aus seinem Reifen, um tiefer zu kommen. Und in diesem Moment fällt es direkt in die Taste.